Erwin Isak, dieser Name steht für Genauigkeit, vielfältige Leistungen und gelebte Leidenschaft für das Malerhandwerk. Wenn man dem Meister bei der Arbeit zusieht, könnte man meinen, der Pinsel ist ein Teil seiner Hand. So kunstfertig versteht er es, mit ihm umzugehen. Der Top-Betrieb in Deutschlandsberg hat sich sowohl bei klassischen Malerarbeiten als auch auf den Gebieten Vergoldung, Illusions- und Designmalerei einen ausgezeichneten Ruf erarbeitet. So ist Erwin Isak zum Beispiel der Schöpfer der 15 Stationen des Leidenswegs Christi in St. Georgen im Attergau. Ein Spezialgebiet der Malerei ist die Restauration von Fresken, Skulpturen, historischen Bauten sowie Öl- und Wandgemälden. Größten Wert liegt Erwin Isak auch auf die Lehrlingsausbildung. Bei ihm lernen die Meister von morgen das Malerhandwerk von der Pike auf. Am Ende der Lehrzeit sind die jungen Leute gefragte Fachkräfte. Erwin Isak, ein Pinselgenie, wie man es nicht alle Tage findet. Untertitelung des ZDF, 2020